Hallo und Willkommen zu meinem Kanal Darinas Deutsch. Heute erkläre ich euch den Unterschied zwischen den Ausdrucken ich mag und mir gefällt. Mögen dürfen wir benutzen, wenn wir eine Person sympathisch finden, zum Beispiel ich mag dich, auch wenn wir etwas lieben, zum Beispiel ich mag Käse, also ich esse Käse gern oder ich mag singen, ich singe gern. Wenn wir aber etwas schön finden, dann passt der Ausdruck mir gefällt besser. Zum Beispiel, dein Mantel ist schön, er gefällt mir. Also jetzt wisst ihr, was der Unterschied ist. Tschüss!